Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjolfa, herzlich Willkommen zu Friday Night Funkin vs. Stickman. Auch mal wieder einer der Mods, den mir schon ultra viele empfohlen haben. Der soll sehr gut, sehr witzig, aber auch schwierig sein. Aber schwierig ist gut. Ich hoffe, ihr könnt natürlich wie immer den Video einen Daumen nach oben dalassen, den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und irgendwie hat YouTube, glaube ich, Mist gebaut und das Video nicht an alle rausgeschickt. Aber seit gestern ist der neue Merch endlich online. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Denn das Weihnachts- und das Halloween-Design sind jetzt endlich online. Das Halloween-Design gibt es nur bis Ende Oktober und das Weihnachts-Design nur bis Weihnachten. Und weil der Shop jetzt ja quasi einmal komplett neu gemacht wurde, neue Designs, der Shop hat sich ein bisschen verändert, neue Sachen sind reingekommen, könnt ihr jetzt auch noch bis Ende Oktober 15% auf euren kompletten Einkauf sparen mit dem Code RELEASE. Einfach reinhauen am Ende und ihr spart 15% auf alles. So günstig war es sonst nur letztes Mal beim Black Friday. Deswegen guckt auf jeden Fall mal rein im Shop. Viele haben sich schon die neuen Designs gegönnt. Deswegen packt auf jeden Fall zu, solange wie noch was da ist. Aber wir packen uns jetzt erst mal den Stickman-Kollegen. Okay, das Menü sieht auf jeden Fall stark aus. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Story-Mode. Ist das wirklich einfach... Hallo? Was... What the hell? What's this? Oh! Ist das der Stickman? Jo, das ist er. Ja, was ist der denn da in seinem Untergrundlabor am Bauen? Oh-oh. Was sieht... Der Boyfriend, natürlich. Wer auch sonst. 3, 2, 1... Okay, und es geht direkt... Oh! Alter! Wir konnten keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Habt ihr gesehen, ne? Oh, der Stickman... Hä? Wir haben keinen Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Aber das scheint... Er spielt das gleiche zurück. Hä? Nimmt er uns einfach auf? Hä? Wille... Er schlägt uns mit unseren eigenen Waffen. Er nimmt uns auf und spielt es einfach ab. Eigentlich sehr smart, ne? Boah! Was... Was hat das denn... Für ein Mod? Ja, genau! Er hat einfach... Okay, einfach Klavier des Todes gespielt. Richtig schief. Er macht die Musik aus. Der Dröcksack. Oh! Das ist aber nicht so gut. Oh, die Box ist explodiert. Hey! Nice! Okay, jetzt hat er ein Mikrofon. Aber... Er hat da keinen Mund. Was will er denn machen? 3, 2, 1, go! Stickman vs. Friday Night Funk in Song 2. Also einfach ist es nicht, ne? Oh! Was macht er denn? Oh, er hat es gefangen. Krass. Schmeiß es zurück. Uff! Mitten in die Stirn. Ah, Stickman hat auf jeden Fall saftig Bock auf Stress, der Kollege. Bin ich jetzt wieder dran direkt? Na? Uh! Der Boyfriend kannst du auch. Ja, let's go. Auf jeden Fall ein richtig guter Mod. Danke für die Empfehlung, Leute. Voll stark. Was passiert jetzt? Oh! Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen angry, oder? Hä? Er packt sich das Mikrofon. Und hat Bock auf Streit. 3, 2, 1, go! Okay, nächster Song. Oh! Der Song heißt auch Serious. Das heißt, er meint es jetzt ernst, oder was? Macht der Stickman jetzt ernst? Dann mach ich jetzt auch ernst. Na, komm ruhig. Na, komm ruhig. Glaub mir. Wenn ich ernst mache, können ja alle ihre sieben Sachen packen. Okay, was macht er da? Okay, aber nice. Er kann es auf jeden Fall. Okay, let's go. Oh, ist echt nicht einfach. Ziemlich schnell, der Song. Viele Tasten. Oha! Okay, okay. Aber gut geschafft. Gut durchgekommen. Ey, ist echt ganz schön saftig, ne? Alter. Ruhig vorkonzentrieren. Okay. Stark, ey. Meist das Mikrofon. Er hat einfach keinen Bock mehr. Haben wir ihn gewonnen, oder was? Hat er sich gedacht? Jo, the end. Alles klar. Let's go. Hä? Richtig, richtig guter Mod. Jo. Hier sind noch die Credits. Charts by Cal. Let's go. Thanks for playing. Ja, kein Problem. Also, richtig starker Mod. Wir gucken mal gerade kurz nochmal in Freeplay rein. Äh, hier ist noch Boombox. Warte, das ist Boopiebop. Boombox? auf Hard. Noch ein Song gegen Stickman? Three, two, one, go. Jetzt auf jeden Fall nochmal ein anderer. Okay, okay, okay. Den machen wir jetzt auch noch fertig, schnell. Okay, okay. Bring it. Ich komm mir mal nicht drauf klar, dass er einfach nur, äh, abspielt, was er uns von uns aufnimmt. Das ist so smart. Oh. Schnell. Okay. Ja, wir sind aber gut im Futter hier. Let's go. Selbst wenn er alles abspielt, was wir aufnehmen, schafft er uns nicht. Keine Chance. Aber er spielt ja ganz andere Sachen auch ab teilweise, ne? Am Anfang hat er genau abgespielt, was wir gemacht haben. Aber scheinbar hat er jetzt genügend Daten gesammelt, um uns auch so, äh, Hops zu nehmen. Okay, war's das auch schon? Okay, sehr, sehr stark. Richtig gut. Also auf jeden Fall, mega nicer Mod. Stickman vs. Friday Night Funkin. Wir haben alles im Story Mode durchgespielt. Das war jetzt natürlich ein ziemlich kurzes Video. Deswegen hängen wir noch ein Mod dran. Ich hab noch mehr in meiner Fundkiste. Let's go. Und zwar gucken wir uns jetzt noch die Mod vs. Spinal an oder so. Weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Spinal, Spinal. I don't know. Aber das ist auch noch eine Mod, die ziemlich cool sein soll. Hat echt eine nice Bewertung gehabt. Und alles, was gute Bewertung hat, gucken wir uns natürlich potenziell erstmal an. Deswegen steppen wir direkt rein in den Story Mode vs. Spinal. Wir haben drei Songs vs. Spinal. Wir haben Easy, Normal, Hard. Also keine Extraschwierigkeiten. Sieht irgendwie merkwürdig aus, ne? Wir gehen mal auf Hard rein. Let's go. Okay. Okay. Steven has earned himself a relaxing vacation after the countless traumatic events that he suffered through sick childhood. Steven. And who better to watch over the town than... Boyfriend. Hi, boy Steven asked me to watch this town while he was gone. Ah, okay, ja. I had no idea it was gonna be this easy. Boyfriend ist also jetzt hier der Stadtwächter. Oh, scheiße. Das Böse ist da. Der Erzähler hat direkt gekündigt. Verdammten Alien-Monster. Was? Was ist denn das denn für Mods heute? Richtig gut. Das ist vermutlich Spinal. Okay. Wir vs. Spinal. Irgendeine Lebensform aus dem Weltall, die die Erde bedroht. Nice. Let's go. Bip, boop, bug. I mean, dude, watch where you're going. Pass auf, wo du hingehst. I'll make this quick and simple for you, you snack-sized sucker. I'm looking for Steven Universe. Wir suchen irgendeinen Steven. Ich weiß nicht, wer Steven Universe ist. Okay, habe ich wieder irgendwas verpasst? Keine Ahnung, wer Steven Universe ist. Wir vertreten den. Wir passen auf die Stadt auf. Hier Beach City, oder wie das heißt. Und jetzt kommt hier Spinal und denkt sich, Bruder, ich will Steven Universe hops nehmen. Aber nur wir sind hier. Aber hat sich auf jeden Fall mit dem Falschen angelegt heute, ne? Ha, das hat... Nee. So, Steven ist nicht da. Also nehmt sie jetzt mit uns vor, Lieb. Du musst mich kurz ein bisschen strecken. Okay, bring it, let's go. Ja, Feuer. Feuer-Emoji. Dass die Pfeile in die Herzen geformt sind, ist ein bisschen nervig. Also ein bisschen ab... Oh, ich bin dran! Also lenkt mich ein bisschen ab, dass die jetzt komische Form haben. Aber halb so schlimm. Okay. Also auf jeden Fall nicht so schwierig wie der Stickman. Bis jetzt. Wir sind noch relativ langsam hier. Also es ist schon eine gute Schwierigkeit, aber nicht übermäßig schwer. Obwohl ich jetzt den Song nicht unbedingt so feiere, muss ich sagen. Da gibt es schönere Songs. Muss man ja auch ehrlich sein. Alright. Song 1. Spinal hier mal auf links gedreht, ne? Schicht im Schacht. Oder was? Sie wollte gerne gewinnen, aber nicht mit mir. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Okay. Was? Was soll diese? Meine. Was jetzt bitte? Oh! Hey! Was hat sie gemacht? Wo sind wir? Was hat sie gemacht? Okay. Sie hat uns in irgendeine andere Dimension geschickt oder so. Und sie sieht jetzt relativ böse aus. Ihr seht's. Okay. Ich glaube, der Song wird jetzt ein bisschen wilder. Feuer-Emoji. Let's go. Okay, aber es ist nicht viel schneller wie der erste Song, ne? Ich find's ja auf hart immer nice, wenn die Songs wirklich von Song zu Song viel schwerer werden. Das macht irgendwie eine harte Schwierigkeit für mich aus. Das muss richtig schallern. So richtig kösseln. Also der Stim und die Story von der Mod gefällt mir extrem. Und die Songs sind auch ganz cool. Aber könnten auch ein bisschen mehr Saft vertragen. Ich mein, die Feinde fliegen hier rum. Aber es ist nicht so wirklich Zucht dahinter, wisst ihr? Könnt ihr mehr Feuer rein noch? Mehr Feuer-Emoji, bitte. Aber wir haben ja noch den dritten Song. Mal sehen. Mal schauen. Das war ja Song 2 jetzt hier. War ja auch schon wieder hier. Wir haben nur einen Mist. 83% Accuracy. Das ist gut. Das ist okay. Das ist ja hier einfach so. Zack. Weg mit dir. Aber jetzt sieht sie noch ein bisschen unfreundlicher aus, ne? Oh, wir machen direkt. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ja, klingt gut. Ja. Deswegen bin ich doch hier. Genau wegen dem Modus hier. Let's go. Come on. Easy game auf jeden Fall. Oh, oh, jetzt wird's doch kurz schwierig. War doch kurz sehr schwierig. Okay, let's go. Ja, ja. Oh, was macht sie jetzt? Oha, die haben jetzt unterschiedliche Geschwindigkeiten, die Pfeile. Okay, echt merkwürdig. Weil die Pfeilen sind so komisch geflogen. Musstest du alles unterschiedlich drücken. Aber haben wir auch geschafft. Ja, landen die auch mal jetzt, oder? Ah, das war's schon. Easy game. Zack. Versus Spinal. Auch einfach hops genommen. Wir sind zwar nicht Steven Universe, aber gewonnen. Aber wenn trotzdem. Okay, keine Ahnung, was das... Ich weiß nicht, was es mit der Story auf sich hat. Ich kenne kein Steven Universe. Ich kenne auch nicht Spinal. Keine Ahnung, was da ablief. Wenn ihr es mir erklären könnt, gerne in die Kommentare. Ähm. Aber haben wir auf jeden Fall auch easy gemeistert. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit den Mods heute. Wie gesagt, vergesst nicht im Merch-Shop vorbeizuschauen. Ihr könnt noch bis Ende Oktober 15% auf alles sparen. Neues, limitiertes Halloween-Design. Bis Ende Oktober erhältlich. Limitiertes Weihnachts-Design. Bis Weihnachten erhältlich. Und zwei neue No-4-Designs. Alles im Shop. Mit dem Code Release 15% sparen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dahin.